Angriffstechnik 2 Für diese Passübung benötigen wir ein Hütchenkreuz und sechs Spieler. Zwei Spieler jeweils auf den Außenseiten und zwei Spieler in der Mitte. Der Spieler aus dem Zentrum sprintelt Richtung Flügel und erhält ein Zuspiel in den Lauf. Der Spieler spielt den Ball mit rechts hinter dem Fuß in den Lauf des nachrückenden Spielers. Dieser spielt den Ball nun auf den sich lösenden Stürmer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nun führt der Spieler die Schussfinte mit rechts durch, bevor er einen Doppelpass um das Hütchen mit dem sich lösenden Stürmer spielt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020